Lost Place in Belgien. Wir fanden wohl eines der gruseligsten und sagenumwobendsten Krankenhäuser überhaupt. Hier wurde so viel zurückgelassen wie Medikamente, Inventar und Kinderspielzeug. Dieser Ort wirkte echt verstörend auf uns. Aber seht selber, was hinterlässt es für euch für einen Eindruck? In der Nachnutzung wurde dieses Krankenhaus als Escape Room genutzt. Und so entstanden diese gruseligen Kulissen. Wir waren mitten in der Nacht dort. Und gruseliger konnte es nicht sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017